Ich bin der Julian Froschauer, bin 15 Jahre alt und ich habe im September 2018 meine Lehre zum Mechatroniker bei der Firma Engel begonnen. Ich habe mich für eine Ausbildung bei Engel entschieden, weil ein gutes Betriebsklima herrscht in der Firma und man als Lehrling schon wertgeschätzt wird. Konten werden sich für Engel entscheiden, weil Engel einfach vier Jahre lang Erfahrung stellt, ein Know-how hat und die Qualität aus Österreich auch sehr gut ist. Ich schätze es besonders an meine Kollegen, dass die Hilfsbereitschaft da ist, dass wir höflich miteinander umgehen und dass sie ab und zu mal lustig sein können. Mein lustigster Engel-Moment waren die Kennenlerntage, weil da haben wir die Chance gehabt, dass alle Lehrlinge aus dem ersten Lehrjahr besser kennenlernen und die Versanktualleitenden von Titoch waren natürlich auch dabei. Engel bedeutet für mich eine gute Ausbildung und zahlreiche Aufstiegsmöglichkeiten.